Hallo, schön dich wieder zu sehen. Im Basic 3, Arten von Dreiecken, tauchen wir wieder gemeinsam in die Welt der Dreiecke ein. Falls du dich vielleicht schon einmal gefragt hast, ob es verschiedene Arten von Dreiecken gibt, bist du hier völlig richtig. Denn in diesem Video zeige ich dir, wie du Dreiecke aufgrund ihrer Eigenschaften unterteilen kannst. Wir unterscheiden die Arten von Dreiecken nach Seiten und Winkel. Wir treffen in diesem Video die Einteilung nach Winkel. Die Einteilung nach Seiten hast du bereits im Video Basic 2, Arten von Dreiecken gesehen. Damit du für dieses Video gerüstet bist, solltest du bereits ein Dreieck korrekt beschriften können. Falls du dich nicht mehr daran erinnern kannst, schau dir das Intro Video nochmal an und komme anschließend wieder zurück. Legen wir mit der Einteilung nach Winkel los. Schau dir mal bei diesem Dreieck den Winkel an. Kannst du etwas erkennen? Ich gebe dir einen Tipp. Erinnere dich an die Winkelarten. Weißt du noch nicht, was ich meine? Dann drücke auf Pause, miss die Winkel am Bildschirm ab. Was erkennst du? Genau. Alle Winkel sind kleiner als 90 Grad. Und wie nennt man diese Winkel? Auch richtig. Spitze Winkel. Wie nennt man daher das Dreieck? Na, kannst du es dir denken? Richtig, das ist ein spitzwinkeliges Dreieck. Es hat drei spitze Winkel. Die Winkel können unterschiedlich groß, aber auch gleich groß sein. Wir haben bereits eine Art von Dreieck kennengelernt, die drei gleich große Winkel hat. Von welchem Dreieck spreche ich hier? Drücke auf Pause und schreibe deine Antwort auf. Das gleichseitige Dreieck hat drei gleich große Spitze Winkel. Jeder Winkel, Alpha, Beta und Gamma, ist 60 Grad groß. Was fällt dir auf? Erkennst du einen Unterschied zum vorigen Dreieck, dem spitzwinkeligen Dreieck? Ich gebe dir einen Tipp. Betrachte den Winkel Alpha. Genau. Der Winkel Alpha ist größer als 90 Grad. Und wie nennt man solch einen Winkel? Auch richtig. Stumpfer Winkel. Wie kann man dieses Dreieck daher bezeichnen? Super. Das ist ein stumpfwinkeliges Dreieck. Es spielt keine Rolle, welcher Winkel stumpf ist. Die anderen beiden Winkel sind immer spitz. Sie können unterschiedlich groß, aber auch gleich groß sein. Hier habe ich eine Frage an dich. Welches Dreieck hat einen stumpfen und zwei gleich große Spitze Winkel? Drücke auf Pause und überlege deine Antwort. Das gleichschenkeligige Dreieck hat zwei gleich große Spitze Basiswinkel, Beta und Gamma. Zum Schluss kommen wir zum wohl wichtigsten Dreieck. Kannst du den besonderen Winkel bei diesem Dreieck erkennen? Weißt du noch nicht, was ich meine? Dann misst du den Winkel beim Eckpunkt C am Bildschirm mit deinem Geodreieck ab. Was erkennst du? Was erkennst du? Richtig! Der Winkel hat 90 Grad und wird mit einem Punkt im Winkelbogen gekennzeichnet. Kannst du dich noch erinnern, wie wir solch einen Winkel bezeichnen? Genau, das ist ein rechter Winkel und daher ist das ein rechtwinkeliges Dreieck. Der rechte Winkel wird meistens beim Eckpunkt C eingezeichnet, daher ist Gamma 90 Grad groß. Die anderen beiden Spitze Winkel können unterschiedlich groß, aber auch gleich groß sein. Warum sage ich, das wohl wichtigste Dreieck? Nun, vielleicht hast du schon etwas vom Satztest Pythagoras gehört. Dieser Satz funktioniert nur im rechtwinkeligen Dreieck. Die Einteilung nach Winkel ist somit abgeschlossen. Dabei gibt es das spitzwinkelige Dreieck, das stumpwinkelige Dreieck und das rechtwinkelige Dreieck. Toll, du hast mit diesem Abschnitt Arten von Dreiecken nach Winkel unterteilt. Damit du das Gelernte nochmal wiederholen kannst, bearbeite folgende Aufgabe. Pausiere das Video und vervollständige die Sätze mit den vorgegebenen Wörtern. Ich blende dir anschließend die Lösung ein, damit du sie eigenständig vergleichen kannst. Konntest du alle Wörter ergänzen? Bitte vergleiche deine Sätze mit der Folie. Geschafft! Mit dieser Aufgabe hast du eine tolle Übersicht zur Arten von Dreiecken erstellt. Möchtest du dich noch bei schwierigeren Aufgaben behaupten? Dann starte das Video Mastery 2 Arten von Dreiecken. Bis zum nächsten Mal!